Heute schauen wir uns fünf hochwertige Messerblöcke an, die in keiner Küche fehlen sollten. Ein guter Messerblock ist nicht nur praktisch, um deine Messer sicher zu verstauen, sondern sorgt auch dafür, dass sie stets griffbereit sind und lange scharf bleiben. Jeder dieser Messerblöcke bringt einzigartige Eigenschaften mit, die deine Arbeit in der Küche erleichtern und dafür sorgen, dass das Kochen noch mehr Spaß macht. Bleib also dran, wenn du erfahren möchtest, welcher Messerblock am besten zu deinen Anforderungen passt. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit dem WMF Classic Line Messerblock. Dieser Messerblock von WMF besticht durch seine hochwertige Verarbeitung und das klassische Design, das in jede Küche passt. Die Klingen der Messer sind aus Spezialklingenstahl gefertigt, was eine hervorragende Schärfe und Langlebigkeit garantiert. Der Block selbst besteht aus massivem Holz und bietet Platz für fünf Messer, einen Wetzstahl und eine Küchenschere. Mit den Messern der WMF Classic Line bist du für alle Schneideaufgaben bestens ausgerüstet. Ob Brot, Gemüse oder Fleisch, hier findest du immer das passende Werkzeug. Besonders angenehm ist die ergonomische Form der Griffe, die perfekt in der Hand liegen und ein komfortables Arbeiten ermöglichen. Wenn du nach einem soliden, langlebigen und praktischen Messerblock suchst, dann ist der WMF Classic Line eine hervorragende Wahl. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir den Imaku Messerblock, der besonders durch seine Vielseitigkeit auffällt. Dieser Messerblock enthält insgesamt 16 Teile, darunter hochwertige Kochmesser, ein Santoku-Messer, ein Brotmesser und vieles mehr. Die Messer bestehen aus rostfreiem Edelstahl, was sie besonders widerstandsfähig und pflegeleicht macht. Der Block selbst hat ein modernes, schlankes Design und passt perfekt in jede moderne Küche. Besonders hervorzuheben ist die Antikorrosionsbeschichtung der Klingen, die für eine lange Lebensdauer sorgt und das Schärfen der Messer vereinfacht. Außerdem liegt jedes Messer gut in der Hand, sodass du auch längere Schneidearbeiten mühelos erledigen kannst. Wenn du ein umfangreiches Messerset suchst, das dir für jede Aufgabe das passende Messer bietet, dann ist der Imaku Messerblock genau das Richtige für dich. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Nun kommen wir zum Cuisineart C77BTR15P Messerblock, der sich durch seine scharfen und präzisen Klingen auszeichnet. Dieses Set umfasst 15 Messer, die alle aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind und durch ihre rasiermesserscharfe Klinge überzeugen. Der Block ist aus widerstandsfähigem Holz gefertigt und sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch äußerst praktisch. Ein besonderes Highlight dieses Sets ist das inkludierte Schellmesser, das sich ideal für filigrane Arbeiten eignet. Die ergonomischen Griffe der Messer sorgen für eine hervorragende Handhabung, selbst bei feinen Schnitten. Auch die Reinigung gestaltet sich einfach, da die Messer spülmaschinenfest sind. Wenn du auf der Suche nach einem Messerblock bist, der dir eine Vielzahl an hochwertigen Messern bietet, die in jeder Küche für Präzision sorgen, dann ist der Cuisineart C77BTR15P eine ausgezeichnete Wahl. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Der XIN2O Messerblock ist der Inbegriff von Eleganz und Qualität. Die Klingen der Messer bestehen aus hochwertigem Damaststahl, der nicht nur extrem scharf ist, sondern auch eine beeindruckende Optik bietet. Das Set umfasst 9 Messer, darunter ein Kochmesser, ein Brotmesser und ein Fleischmesser, die alle ihre spezifischen Aufgaben perfekt meistern. Der Block besteht aus edlem Holz und bietet jedem Messer einen sicheren Platz. Die Damaststahlklingen sind besonders langlebig und behalten ihre Schärfe über lange Zeit. Zudem sorgen die Griffe aus natürlichem Holz für einen sicheren Halt und ein angenehmes Schneidegefühl. Wenn du Wert auf herausragende Qualität und ein stilvolles Design legst, dann ist der XIN2O Messerblock genau das Richtige für dich. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt schauen wir uns den Wüsthof Classic Messerblock an. Wüsthof ist bekannt für seine erstklassigen Messer und dieses Set macht da keine Ausnahme. Die Klingen sind aus speziellem Edelstahl gefertigt und wurden so geschmiedet, dass sie extrem widerstandsfähig sind und lange scharf bleiben. Der Block bietet Platz für sieben Messer, die alle auf unterschiedliche Schneidarbeiten spezialisiert sind. Besonders das Kochmesser und das Santo-Kuh-Messer bieten dir höchste Präzision und ermöglichen ein müheloses Schneiden selbst durch dickere Lebensmittel. Die Griffe der Messer sind ergonomisch geformt und sorgen für maximalen Komfort bei der Benutzung. Wenn du ein Messerset suchst, das nicht nur in Sachen Funktionalität, sondern auch in Sachen Langlebigkeit überzeugt, dann ist der Wüsthof Classic Messerblock eine hervorragende Investition. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Der Wüsthof Classic Messerblock bietet außerdem den Vorteil, dass er speziell für Profiköche und ambitionierte Hobbyköche entwickelt wurde. Die Messer aus dieser Serie sind perfekt ausbalanciert, was das Schneiden noch präziser und sicherer macht. Das Set ist nicht nur funktional, sondern auch ein echtes Schmuckstück in jeder Küche. Dank der hochwertigen Verarbeitung der Messer musst du dir keine Sorgen um schnelle Abnutzung machen und die Klingen bleiben über lange Zeit extrem scharf. Mit einem integrierten Wetzstahl kannst du die Messer jederzeit nachschärfen, um die Schärfe dauerhaft zu erhalten. Wenn du Wert auf Spitzenqualität legst, ist der Wüsthof Classic Messerblock die perfekte Wahl. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.